Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 11.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Sufix, Kindersitzbefestigung, Einparkhilfe, Bluetooth, Start-Stop-Automatik und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 125 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis